Nicole Krieger ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, Journalistin und Filmemacher in Leben. Ihre journalistische Laufbahn begann Nicole Krieger als freie Journalistin für Tageszeitungen. Ab 1998 war sie Volontärin in der Nachrichtenredaktion beim Fernsehsender BTV Baden-Württemberg. Von 1999 an war sie dort als Nachrichtenmoderatorin auf Sendung. Bis 2001 arbeitete sie als feste Redakteurin und Nachrichtenenker von BTV Aktuell. 2002 ging sie als freie Autorin zum Hessischen Rundfunk und produzierte zahlreiche Filmbeiträge für die Sendung Service Natur. 2003 übernahm Nicole Krieger die Moderation der TV-Sendung Gesundheit Aktuell, die auf rnf- und bw-family ausgestrahlt wurde. 2006 wurde die Sendung eingestellt. 2007 bis 2008 war sie als Moderatorin mit einem Sozialmagazin bei Rhein-Main-TV zu sehen. Seit 2009 präsentiert sie die Gesundheitssendung Neues aus der Medizin auf NRW, TV und BW Family. Neben ihrer Fernseharbeit dreht Nicole Krieger Dokumentarfilme. Mit dem Film Ayurveda – Das Wissen vom Leben war sie erstmals als Regisseurin auf internationalen Filmfestivals vertreten. Seit 2010 leitet sie die Moderatorin Schule Baden-Württemberg. Nicole Krieger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Filmografie 1999 Halle – Zehn Jahre nach der Wende Reportage 2004 Duft-Gi Gong – Die chinesische Heilgymnastik – Lehrfilm 2006 Ayurveda – Das Wissen vom Leben – Dokumentarfilm 2008 Fastenwandern – Kurz-Doku 2008 Der letzte Tanz – Kurzfilm 2009 Lohast – Der grüne Lifestyle Untertitelung des ZDF für funk, 2017